Hallo Leute heute zeige ich euch Fortbyte 58 was wir dazu machen müssen ist nach Snowy Sherist sorry ich kann nicht richtig aussprechen und zwar hier zu diesem kaputten haus da was wir dazu machen müssen ist den Emoge Posaunennoob einsetzen ok was ist jetzt da also das hier aus 46 könnte den freischalten nennen also von daher hier findet ihr ihn direkt